Wow, und hier sind wir wieder, das heißt wirklich mal wieder. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Skürüm. Ich spiele diesen Dungeon nun ein zweites Mal, weil die letzte Aufnahme ohne Ton entstanden ist, nur mit Porzellan. Oh Gott, und ja, da ist mir ja so meine Stimme abhandengekommen, mal wieder. Aber das kommt jetzt hoffentlich nicht mehr vor, denn ich nehme die Stimme schon wieder doppelt auf. Also, selbst wenn mein liebes Hauptmikrofon hier den Geist aufgeben sollte, hört ihr mich trotzdem. Ähm, was aber trotzdem hoffentlich nicht passiert. Okay, ich werde mich dann hier auch ziemlich kurz fassen, denn ich habe das alles ja auch schon gesehen. Die da sind uns feindlich gesinnt. Und komm, und weg mit dir. Verdammt, fast wäre es das gewesen. Ups, ich habe Lydia abgeknallt. So, beruhigt euch. Alles ist okay. Es gibt keinen Grund, sich zu schreiten. Hallo Lydia! Findest du das cool? Ähm, ja. Banditenrauffold mit Stahlpfeilen, die ich doch bitte einsammeln soll. Da habe ich einen Kommentar bekommen, dass ich viel zu viele sehr wertvolle Steine liegen lasse oder liegen lassen würde. Ziemlich würdelos. Und, das war ein Süßkuchen. Yay! Voll der süße Kuchen. Äh. Hallo! Drauge! Mit einem Zaubertrank der Zerstörung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wieso ich die Zaubertränke aufsammle. Aus irgendeinem Grund habe ich den Zwang in Skyrim und auch in den restlichen Elder Scrolls Teil eigentlich, alle Tränke aufzusammeln. Selbst wenn ich weiß, dass ich allein aufgrund meiner Spielweise und der Tatsache, dass das hier ein LP ist, ähm, diese Tränke niemals, hallo Schädel, diese Tränke niemals benutzen werde. Weil es einfach, glaube ich, ziemlich langweilig wäre, wenn ich vor jedem Kampf erst mal 15 Minuten lang mein Inventar studieren würde. So! Ähm, ja, Zydorilischer Spatenschwanz. Ach du Scheiße. Und ich dachte, wir wären der Perversität entronnen. So. Hier waren wir schon. Weiter geht's hier. Booyah! Dich hat's erwischt. Ey, das ist voll unfair und so. Der darf doch nicht tot sein. Ich war doch gar nicht hier. Was ist jetzt passiert? Da wird gekämpft. Genau. Und wir sollten die Beschwörer unterstützen. Denn die Trauge sind stärker. Vor allem der da. Der Trauge wicht. Sterbt! Und so. Los. Seid gleich tot. Boom! Boom! Ich liebe diesen... Ja, okay, okay, okay. Komm schon. Das war nicht freundlich. Das ist das Gegenteil von Freundlichkeit. Feindlichkeit. Ja, da dachte ich, bin ich doch mal so lieb und unterstütze die Beschwörer. Und was passiert stattdessen? Ich werde über den Haufen geschissen. Aber nicht so schlimm, wegen, weil wir müssen nur den gesamten Bereich nochmal nachspielen. Oh Gott. Lydia! Kämpfe! Oder strippe. Ist mir egal. Mach irgendwas, das sie ablenkt und vermutlich töten wird. Ey, ich dachte, das sah gerade so aus, als hätte er sich bewegt. Hui! Ich kann tanzen. Ich bin ein alter Let's Player. Vor einem Jahr habe ich Skarim gespielt und hab dann hier ein Let's... Oh, das war ein Krug. Und hab dann hier ein Let's Play zugemacht, aber niemand hat zugeguckt. Und irgendwann bin ich dann hier verendet. Tschüss! Ah ne, du bist jetzt... Ja, das war Lydias Kreation, die... Ja, der Apfel fältert nicht weit vom Stamm, deshalb ist er hier sinnlos gegen die Solle gerannt. Aber... Tschüss. Und... Tschüss. Ja, jetzt gleich nicht mehr. Setz mal mehr auf erneuerbare Energien und so. Ey, Alter, voll böse! Voll böse! So. Danke. Äh, ich glaub, wir müssen die jetzt auch nicht alle nochmal durchsuchen. Was die hatten, war ja nicht so wertvoll an sich. Mein Inventar läuft sowieso mal wieder über. Wir kennen es und das ist ein Haltrang. Den sollten wir trotzdem mitnehmen. Selbst wenn das Inventar voll ist. Denn nichts ist voller als das Inventar einer Leiche. Moment, das... Das hört sich gut an. Es ergibt zwar keinen Sinn, aber es hört sich gut an. Das nehmen wir. Ähm... Speichern? Nicht, dass mir dasselbe Unheil von eben erneut widerfährt. Und hier dürfen gleich die Kämpfenden zu finden sein. Und weg mit dir! Weg mit dir! Das fände ich irgendwie komisch, dass er mich jetzt direkt entdeckt hatte. Obwohl es gar keinen Hinweis auf meine Existenz gab. Wer hat hier Eis? Wer... Wer macht denn hier Eis? Ich sehe hier niemanden, der Eis macht. Da müsste jetzt eigentlich so ein kleiner, kleingewachsener italienischer Eisverkäufer rum... Aber hier... Oh, oh. Aber hier ist niemand... Uh! Okay. Okay. Noch ein Ruheloser. Anscheinend doch ein sehr ruhiger, um ehrlich zu sein. Ah, nee. Da kommt er. Boom! Ups. Das ist der Wicht. Das ist der Wicht. Stirb, du Wicht. In echt, du Knecht. Und du auch. Und töte mich nicht. Stirb, du Wicht und töte mich nicht. In echt, du Knecht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich will fort. Äh, du Zer... Ähm. Huh! Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Schrei. Oh, ich liebe es auch zu schreien. Ich schlage dich hiermit zur Leiche. Oh, okay. Danke. Ich danke dir vielmals für deinen Tod. Ähm, wir sind... Uh! Weg mit dir. Tja, das war's auch mit ihm. Und wir sind ein bisschen weiter. Ähm, dieser Dungeon. Ich war richtig geflasht von späteren Räumen, auf die wir erst treffen werden, weil sie halt später sind. Ähm, denn die sehen teils richtig geil aus. Bisher mein Dungeon-Highlight bis auf die Twemer-Ruine. Die fand ich noch besser, um ehrlich zu sein. Ähm, eine Biene hat er dabei. Wieso zur Hölle hat er eine Biene bei sich? Denkt er, er könnte so ewig Honig produzieren? Ist nicht, Freund. Ist nicht. Ähm, was das für Teile sind, konnte ich nicht wirklich bestimmen. Vermutlich auch nur Verzierung. Wir kennen doch alle diese, diese rot leuchtenden Lampen. Und... Aus bestimmten Vierteln. Nein, äh... Das meine ich jetzt gar nicht so. Aber... Egal. Ähm, Themenwechsel. Nein, nicht die Urne. Nicht die Urne. Wir betreiben nun Grabraub. Das da ist, ähm... Anders als die anderen Urnen, ist auch das eine Ascheurgen-Urne gewesen. Normal gedacht, wie man anhand der Größe schon sieht, für Sumoringer. Die haben ja voll viel Asche. Je nachdem, wie erfolgreich sie sind. Aber... Hier... Hatte der Sumoringer eine Frau, die war Sängerin. Und die konnte nicht allzu gut singen, hat aber nach dem Tod weitergesungen, wie Frauen nun mal so sind. Selbst im Grab muss man ihnen noch auf die Schnauze hauen, damit sie ruhig sind. Und... Nun ja. Das ist dann geschehen. Die Asche des Sumoringers wurde über dem Hollywood-Zeichen in Weißlauf verstreut. Und ihr haut mich gleich zu Klumpf, weil ich eben voll den frauenfeindlichen Witz gemacht habe. Egal. Ich muss damit zurechtkommen. Und nochmal 5000 Abonnenten weniger. Wuhu! Bei wie viel sind wir jetzt? Bei 150.000 im Minus. Dann kommt YouTube noch und entfernt die ganzen Inaktiven. Also... Ach ja. Ja. Ähm... Hm. Mal sehen, was ich nachher noch davon drin lasse. Egal. Sammeln wir die Urne auf. Die Urne! Und diese Urne. Und diese Urne. Oder auch nicht, denn sie ist schon leer. Hui! Und Prinzessin Talara bringt uns etwas über die Wiederherstellung bei. Ähm... Begräbnisurne. Begräbnisurne. Oh, wie süß. Voll die kleine Urne. Das war voll... Der Magersüchtige. Ähm... Oh Gott. Jetzt bin ich tot. Nein! Wo... Wo geht's weiter? Bitte, bevor mir noch irgendwelche Witze einfallen, die schädlich für mein weiteres Leben sind, möchte ich gerne wissen, wo es weitergeht. Hier? Och, das sieht ja schon mal gut aus. Guten Morgen! Da ist mal wieder jemand mit dem falschen Bein aufgewacht. Mit dem mittleren. Nennt man Morgenlatte. Oh Gott! Nein! Nein, die dir alles gefällt. Also, mir gefällt's, aber... Den 5000 Zuschauern, die gleich das Meer spalten werden, um so schnell wie möglich meinen Kanal zu verlassen. Ach ja, der gute Moses. Ähm... Denen gefällt es, glaube ich, nicht so. Alter! Ich glaube, es ist gut, dass die alte Aufnahme verloren gegangen ist, beziehungsweise gar nicht erst entstand. Weil... Ich noch nie so sehr innerhalb einer Folge den Karren in die Wand gesetzt habe. So. Und es ist noch nicht mal was passiert. Ich hab das freiwillig getan. Weiter hier. Ähm... Wir sind vorbeigegangen an einer kleinen... An einem Weg nach unten, ja? Da werden wir nachher noch hingehen. Da geht's nämlich, soweit ich das in Erinnerung habe, auch weiter legitim. Äh... Das hier oben ist dann ein Abschnitt, den ich in der nie entstandenen Aufnahme überhaupt nicht bedacht habe. Überhaupt nicht besucht habe. Bedacht hab ich ihn ja, sonst käme hier oben Wasser durch. Oh Gott! Oh nein! Oh! Tiefengewölbe! Kommt man anscheinend auch so hin. Was mich ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Das hier ist schon mal eine unglaublich schöne Stelle. Hier, wo der Mondschein... Es ist nicht der Mond, ich weiß, aber was soll's. Ähm... Der Mondschein durch diese Ranken sich räkelt. Und die Fahne im Winter... Winde flattert. Ach ja. Können wir hier eigentlich schon jemanden abknallen? Frage ich nun in meiner friedfertigen Art. Äh... Der da scheint brennend daran interessiert zu sein. Oder er ist ne Fackel. Ja gut, das geht natürlich auch. Hehe. Die Leute hier fackeln nicht lang. Ähm... Alles klar. Bleiben wir ruhig. Bleiben wir entspannt. Reißen wir keine schlechten Wortwitzel mehr in diesem Teil. Der ist sowieso schon... Overloaded. Und so. So etwas hab ich noch nie gesehen. Doch. Vor zwei Tagen. Als ich diese Aufnahme das erste Mal versucht habe, Lydia. Du kannst dich nur nicht dran erinnern. Weil... Du nicht die andere Lydia bist. Aus dem anderen Spielstand. Polygamie. Stell dir mal vor, ich hab... Bei einem Spielstand jemanden geheiratet. Wie Lydia jetzt zum Beispiel. Und... Bei einem anderen Spielstand ebenfalls. Denkt ihr, die Spielstände fackeln sich dann gegenseitig ab? Ich weiß es nicht. Ich werd's nicht riskieren. Ähm... Also ein Rat an alle Männer. Ups. Genau das passiert dann nämlich. Ein Rat an alle Männer. Teilt eure Ehefrauen immer in verschiedene Partitionen passwortgeschützt untereinander auf. Was auch immer das jetzt bedeutet. Ich weiß es nicht. Aber es klingt fachmännisch. Ähm... Oh ja. Guten Tag. Zeig mir deine Axt. Ich zeig dir meine Pfeile. Hui. Oh nö. Oh nö. Boom. Und? Gefällt euch das? Ich glaube nicht. Vorsichtig. Ja gut. Ich glaub, ihm wird nichts geschehen. Ich werde auf ihn aufpassen. Glaub's mir. Ähm... Ach ja. Ich glaub, mir glaubt hier nach niemand mehr. So. Nein. Das war böse. Okay. Er geht also in Deckung, bevor er mich gesehen hat. Alles klar. Diese elenden Patrouillierer. Mit ihrem Patrouillierertum. Sollte man alle entpatorialisieren. Was? Egal. Das könnte episch werden. Das könnte episch werden. Das hat das Potenzial dazu episch zu werden. Und... Hui. Bum. Tja, mein Freund. Beziehungsweise mein nun toter Freund. Ähm. Ja, jetzt hab ich nur einen freien Schultag. Weil ich denen erklären kann. Ja, mein Freund ist gestorben. Ich muss auf die Beerdigung. Und wir werden dann sagen. Nee, nee, ist nicht. Und ich... Oh, Menno. Aber... Das ist übrigens echt mal so passiert. Also, nicht mit Freund, sondern mit Oma, aber... Oh, Oma, aber... Das war eine scheiß Aktion. Wie dem auch sei. Ähm. Tschüss. Lydia, nein. Sie... Sie ist so Deppin manchmal. Nein. Ja, eben nicht. Meine Seite ist hier. Die gegnerische Seite ist dort. Also stehst du auf der gegnerischen Seite. Kapierst du das nicht? Übrigens, was ich gerade erst entdecke. Hätte man auch so machen können. Aber...